So, Ladies and Gentlemen, es geht los der Aeronaut von Höfnagels. Oh, ist der schnell! Oh, ist der schaden Sieg? Oh, ist der Schaden? Oh, ist der Schaden? Oh, ist der Schaden? Das ist toll! So. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, wir haben es wohl geschafft. Oh, 30 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 35 Grad am Ventilator. So, wir sind mal wieder zurück hier. Wir sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Er schafft eine schöne, gemütliche Fahrt und eine tolle Aussicht über Stuttgart. Er schafft, bitteschön. Oh, 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 oh. Sexo weiß ich grad.